Herzlich willkommen zum Tutorial Farbkorrektur von Unterwasserfilmen. Ich bin Andreas, ihr kennt mich vielleicht von der Website bluewavefilms.de, auf der ich auch in letzter Zeit immer mehr angesprochen werde, wie man dann die Grünstiche und Blaustiche aus den Urlaubsvideos wieder herausbekommt. Das möchte ich euch heute mal am Beispiel von Final Cut Pro 10 erläutern. Allerdings funktioniert das auch mit jeder anderen gängigen Schnittsoftware, wenn diese ein paar Bedingungen erfüllt. Außerdem werde ich mit ein paar Plug-ins zeigen, wie man die Arbeit deutlich verkürzen kann, was die Farbkorrektur von Unterwasserfilmen betrifft, denn die Bordmittel von Final Cut sind nun ja nur noch etwas rudimentär. Da war die Vorgängerversion deutlich besser mit der Dreiwege Farbkorrektur. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach erst mal an und wir gehen das hier dann so Schritt für Schritt durch, was man da so machen muss. Was man also auf jeden Fall mal braucht, ist eine Darstellung der Kontrastverhältnisse im Video und eine Darstellung der Farbverteilung im Video. Da gibt es wunderschöne Graphen, die man sich anzeigen lassen kann bei Final Cut, aber damit die auch schön groß auf dem Bildschirm zu sehen sind, muss man erst mal aufräumen. Ich blende dazu die Mediathek aus und auch die Übersicht, so dass ich hier nur das Video groß vor mir habe und dann kann man mit dem Shortcut Command 7 sich diese Kollegen hier einblenden lassen. Hier sieht man einmal unten die Kontraste, die das Video aufweist zwischen 0 und 100 und hier oben stellt man das noch auf Wellenform um und haben hier auch wunderschön die Anzeige Rot-Grün-Blau. Hier sieht man auch schon an der Verteilung, dass mehr Grün und Blau im Bild ist als Rot. Das ist eigentlich typisch für Unterwasseraufnahmen, die noch nicht auf die ein oder andere Weise korrigiert wurden. Ja, dann hüpfen wir hier mal in die Farbpaletten-Darstellung und korrigieren zuallererst die Kontraste. Das bringt meistens schon eine deutliche Verbesserung der Farbdarstellung. Jetzt muss man sagen, der Blaustich oder Grünstich in diesem Bild ist jetzt nicht so dramatisch und die Kontraste sind schon sehr ausgewogen zwischen 0 und 100. In diesen Bereichen sollten die sich immer bewegen, sollten nicht drüber sein und nicht drunter. Wenn man das Video mal abspielt, sieht man auch, dass sich die da so ganz gut bewegen, die Kontraste zwischen 0 und 100. Von daher braucht man da eigentlich so gut wie gar nichts mehr verbessern. Man kann es vielleicht noch einen Tick nach unten ziehen, aber das ist eigentlich schon fast Geschmackssache. Was wichtiger ist, ist eben diesen grünen Blaustich herauszubekommen und dafür hat uns Apple diese hässliche Farbinfo-Palette spendiert, statt der guten alten Dreiwege-Farbkorrektur, bei der das sehr intuitiv war. Hier interessieren uns jetzt wiederum die Mittentöne, mit denen wir jetzt versuchen werden, durch Veränderung der Farbe rot, grün und blau ausgewogen darzustellen. Da zieht man das mal ein bisschen nach unten und sieht dann, dass rot nach oben geht. Das Bild wird insgesamt etwas wärmer und ausgeglichener. Ja, das betrifft nur die Mittentöne. Es gibt für die extremen Fälle auch noch die Korrekturmöglichkeiten dann der Tiefen und der Lichter. Das ist bei diesem Bild jetzt aber nicht wirklich nötig. Da verschlimmbessert man eigentlich alles nur. Und ja, ihr seht schon, dass man sich da ordentlich mitspielen kann und hier ja auch Color Grading betreiben kann, wenn einem denn danach ist. Aber wirklich so ein schönes, neutrales Bild hinzubekommen, auch ein ausgeglichenes, weißes, so wie es jetzt hier in dem Fall möglich wäre, da muss man sich schon einigermaßen mitspielen. Und wenn man da viele Clips korrigieren muss, sage ich euch ganz ehrlich, dann bekommt man mit dieser Darstellung, mit diesem Interface schon einen Vogel. Gott sei Dank gibt es ja findige Tüftler, die uns mit einer Menge Plugins beglücken. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt kein Fan von Plugins, aber für die Farbkorrektur kann man sich wirklich wahnsinnig viel Zeit und Geld sparen. Eins dieser Plugins, die ich regelmäßig verwende, ist High Color Pro. Das ist eigentlich ein Color Grading Tool, das aber unter anderem über eine sehr tolle Sache verfügt. Die zeige ich euch jetzt mal. Zum einen ist es die Voransicht. Da kann man sich darstellen lassen, wie das Bild vorher und nachher aussieht. Und dann gibt es noch etwas, was fast schon gemacht ist für die Korrektur von Unterwasserfilmen. Nämlich mit einem Mausklick kann man sämtliche Grüntöne rausschmeißen. Das ist manchmal wirklich too much. Hier in diesem Fall ist es jetzt eigentlich ganz okay. Es würde schon noch ein bisschen natürlicher aussehen können. Wie man das hinbekommt, zeige ich euch später. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie schnell und intuitiv man da arbeiten kann. Sehr schön kann man bei diesem Tool auch einstellen, die Wärme und beziehungsweise die Farbtemperatur in dem Bild. Ja, aber das ist natürlich noch nicht alles. Ich schalte es hier mal wieder ab, unkorrigiert, und gehe hier auf ein anderes Tool. FCP Effects nennt sich das, beziehungsweise nennt sich der Hersteller. Da gibt es ein Sharpener Tool. Jetzt werdet ihr euch fragen, was hat denn ein Schärfe-Plugin bitte mit Farbe zu tun? Bei diesem Tool, das sich Sharpener nennt, gibt es auch die Möglichkeit Farben nachträglich zu korrigieren, indem man hier auf diesen Einstellungen mal in die Mitteltöne, also Midtones springt und da dann mit den Reglern beliebig, beziehungsweise so wie ich es eben haben will, die Rot, Grün und Blau-Verteilung im Video anpasst. Das sieht man ja jetzt hier schön, Regler nach oben, der Rotanteil wird größer, das Bild bekommt einen warmen Farbton, vielleicht alles ein bisschen zu viel, da kann man sich in aller Ruhe damit spielen und die Einstellungen überdenken und bearbeiten, aber mit etwas Übung kommt man da relativ schnell zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Vielleicht nochmal zurück zum Eingangsthema, dass man diese Farbkorrektur auch wirklich mit jeder beliebigen Schnittsoftware machen kann, sofern diese eben die grafische Darstellung der Farb- und Kontrastverteilung darstellt. Wichtig ist es einfach da zuerst mal zu schauen, was können denn die Mitteltöne, was kann ich da noch herausholen an Rot, Grün und Blau. Ja, wenn man dann wirklich sehr viel mit Farbkorrekturen und auch Color Grading arbeitet, ist sicherlich dieses Plug-in White Balance ganz gut, da es eben nicht nur zur Farbkorrektur Quick & Dirty verwendet werden kann, sondern man kann da auch in sehr vielen Details die Videos eben bearbeiten und richtig Color Grading mit betreiben, ähnlich wie mit High Color auch. Dazu kann man eben bestimmte Farben aus der Palette auswählen und dann jeweils anpassen, je nach Lust und Laune und mit etwas Übung bekommt man da eigentlich den Dreh relativ schnell raus, wie sich das mit den Kontrasten verhält und den Farben. Und unterm Strich, wenn man es dann mal beherrscht und man ist da wirklich relativ schnell eingearbeitet, kann man sich da schon eine ganze Menge an Zeit sparen. Ja, aber was macht man denn jetzt, wenn man dann vielleicht ein Video mit einem kompletten Grünstich hat, so wie dieses hier. Das kann man ja mit High Color auf einen Klick eigentlich korrigieren, indem man es hier drauf zieht und dann hier nach unten scrollt, etwas weiter nach unten und dann eben gleich diese Green Cast Removal aktiviert. Da hat man dann ein relativ blaustichiges Bild, also hier ist wirklich gar kein Grünton mehr drin. Man kann es reduzieren, es schaltet aber dann sofort wieder auf komplett grün um. Man kann es also nicht stufenweise anpassen, da hilft allerdings ein kleiner Workaround. Wenn man sich das denn antun will, kann man einfach mal diesen Clip über Command C kopieren, Command V wieder einfügen, direkt darüber legen. Wenn der Magnet eingeschaltet ist, geht das auch gut. Und ja, bei der kopierten Ebene aber dieses High Color ausschalten. Und jetzt ist der eigentliche Trick dabei, dass man einfach die Deckkraft der darüber liegenden Clip-Ebene so weit reduziert, bis einem, ja, das Bild noch natürlich wirkt. Jetzt ist es komplett ausgeschaltet hier. Jetzt hat man wieder gar kein Grün mehr im Bild, kann man ein bisschen die Deckkraft erhöhen und schon kommt ein bisschen Grün dazu und das hat doch eine recht natürliche Anmutung dann wieder. Ist aber deutlich aufwendiger, wenn ich dann mit mehreren Filmebenen arbeiten muss. Das sollte man sich dann vielleicht überlegen, ob es da nicht einfachere Methoden gibt, ob nicht das White Balance Plugin da eben viel besser zum Ziel führt. Aber das bekommt man mit ein bisschen Übung raus, je nach Lichtsituation, was da so die kürzesten Wege sind, die dann nach Rom führen. Wichtig ist eben immer, dass Rot, Grün und Blau auf eine Ebene bekommen und dass die Kontraste sich zwischen 0 und 100 bewegen. Dann hat man eigentlich recht ausgewogene Aufnahmen und ja, kann sich auf die ganze eigentliche kreative Arbeit konzentrieren. Aber natürlich gibt es auch Aufnahmen, die absolut im Eimer sind. Also wenn ich gar kein Licht verwende in 20 Meter Tiefe wie hier, keinen Rotfilter davor habe, keinen manuellen Weißabgleich, wo ich auch sonst überhaupt nichts gemacht habe, dann muss ich hier schon wirklich ordentlich in die Trickkiste greifen, um aus diesem Bild wenigstens noch ein bisschen was herauszuholen. Das mache ich jetzt hier mal, indem ich zuerst mein geliebtes High Color drauflege und White Balance sowieso. Dann werde ich erst mal hier die Kontraste anpassen. Die sind eigentlich schon ganz gut verteilt zwischen 0 und 100. Leider auch sehr dunkle Bereiche, da geraten einfach auch diese kleinen Kompaktkameras irgendwann mal an ihre Grenzen. Und es sind nicht mehr genug Informationen aufgenommen worden. Dennoch kann man, wenn man dann irgendwann mal Profi ist, sieht jetzt hier alles noch viel schlimmer aus, als es vorher war, mit den Einstellungen sich so weit herantasten, und zwar diesmal nicht nur bei den Mitteltönen hier, nicht nur bei den Midtones, sondern um da noch ein bisschen mehr herauszuholen, muss man dann eben auch in den Schattenbereichen und in den Lichtern anfangen, die Farbe zu korrigieren. Das werde ich jetzt hier auch nach und nach mal machen. Also, Wunder braucht man hier nicht erwarten, aber es ist zumindest dann kein komplett blaues Bild mehr. Wobei man sich natürlich da auch wieder fragen kann, was wirkt denn natürlicher in 20 Metern Tiefe, ein Bild, das noch Farbe hat oder oder ein komplett blaues Bild. Man kann ja nachträglich auch wieder unter anderem auch mit High Color zum Beispiel einen Filter drüberlegen und dem Ganzen noch einen natürlicheren Blaustich dann verpassen. Da wird es dann aber schon sehr aufwendig. Drum ist mein Ratschlag eigentlich bei solchen Geschichten immer möglichst gute Aufnahmen bereits aus dem Wasser zu bringen. Also bitte verwendet einen Filter bevor ihr ins Wasser geht, zwischen 5 und 15 Meter Tiefe, bringt so ein Rotfilter schon ein bisschen was oder noch besser natürlich keinen Filter verwenden, sondern den manuellen Weißabgleich, wenn die Kamera ihn hat. Wenn nicht, dann hat sie vielleicht einen Unterwassermodus, so im Flachwasserbereich bis 10 Meter korrigiert der auch ein bisschen was und macht die Aufnahmen insgesamt wärmer, sodass man nachher am Rechner weniger Arbeit hat. Oder natürlich, wenn man es schon dabei hat oder sich irgendwann mal anschaffen möchte, Licht unter Wasser, Kunstlicht ist ab einer gewissen Tiefe einfach Pflicht, sonst wird das Ganze nichts mehr. Ja, das war's soweit auch schon. Ich hoffe, ich konnte ein paar Einsichten bringen, wie man Unterwasservideos noch ganz passabel hinbekommt, auch wenn die Aufnahme vielleicht nicht so super tolles Ausgangsmaterial geliefert hat. Immer drauf achten, Kontraste einstellen, Rot, Grün und Blau aufeinander abgleichen und dann wird das schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.